Hi, ich bin der Jan und herzlich Willkommen bei Stichpunkt TV 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Lieber offline. High Heels oder Sneakers? Bei mir eher High Heels. Dein Lieblingsessen? Currywurst Pommes. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Ja, genau. Morgens im Bad brauche ich? Boah, bestimmt eine halbe Stunde länger als alle anderen. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Schwierige Frage, ich lerne doch lieber Musik. Facebook oder Instagram? Facebook. Lieber für immer taub oder stumm? Bitte? Lieber für immer taub oder stumm? Taub. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Bei allem, was im FreeTV läuft. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Akribisch. Profi. Bist du eher Tag oder Nachtmensch? Nachtmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Whisky Cola. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Den von meiner Frau. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Da gibt es viel zu viele. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Großes Bier. Wie meldest du dich am Telefon? Mit Hallo. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Naja, besser gar nichts von beiden. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Musik. Was hast du als letztes geklaut? Geklaut? Tatsächlich, als ich glaube 13 war eine Tatto-Zeitung. Massen. art� Bis zum nächsten Mal.